Willkommen bei One Two Punch, ich heiße Vitali Beka, viel Spaß dabei! Okay Leute, wenn ich jetzt in dieser Situation lande, der Mann wird nicht lange warten, er wird knallen und das Schlimme ist, ich kann nicht mehr so krass nach hinten gehen, weil er sich an spannt und das ist übertrieben Problem für mich. Das heißt, einzige Möglichkeit, ich tauche weg. Hiermit gehe ich hier raus, eins, da ist die Lösung da, gehe ich sofort an den Raum, hier fixiere ich seine Hand, damit er nicht rauskommt. Hier hat er seine Jacke, komme ich sofort ran und ziehe ich ihn fest und drücke ihn ab. Solange der Partner abklopft, ist alles in Ordnung. Das heißt, immer wenn der Mensch wenig Luft hat, wir haben automatisch eine Stresssituation, das heißt, der wird weniger aggressiver werden. Da können wir ein bisschen spielen. Ja Leute, das ist immer situationabhängig, aber diese Technik ist es wichtig, dass wir ihn erstmal nicht schlagen, sondern ihn versuchen zu beruhigen. Okay Leute, nochmal alles im Eckchen, das heißt, ich gehe kurz nach hinten, gleich raus, eins, rüber, unten, und jetzt ist es vorbei. Genauso schnell, genauso wie ich das zeige, es funktioniert ganz gut. Wir sehen uns bald wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao! ... ... ...